h Wä-s? Hääähh! Oben im Loft liegt viel Zeug herum. Wä-Wäääh? Wäähähäh? Warum? W-W-Äh? Kann ich jetzt... Ah, guck mal, die Katze. Oh, wie süß. So, Ameise. Hacke. Farbe. Schaukel, Zigaretten, Metallsegel. Eierschale. Den Glasdeckel haben wir schon mal. Und da sind die Kippen. Nein, doch. Schaukel ist hier oben. Hinter meinem Gesicht wieder irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Farbe. Farbe, 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 Farbe. Wo ist die Farbe? Da ist eine Rolle. Das sind Eierschalen. Die brauchen wir auch. Metall, Säge. Hier. Ja. Herbizid. 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 Hacke, Farbe, wo ist die Hacke? Farbe, Mitte vom Bild. Ach da. So, Ameise. Die Ameise ist hier oben drauf. Die sehe ich. Die Hacke. Wo ist die Hacke? Die Hacke, Hacke, Hacke. Und die... Da. Ne, das ist eine Mistkabel. Gibt es hier auch noch Mechanikerin? Ja, die ist alles auf einmal, wenn dann, ne? Ach, da hat es stimmt, tatsächlich. So, Dankeschön. So, wo ist die Hacke? Wo ist die Hacke? Hacke. Aus Hackepeter wird Kacke später. Hörst du? So. La la la. La la la. La la la. La la la. Der lange Stiel. Was? Hacke? Unterm Skin? Ernsthaft? Eine Metallsäge. Juhu. Was können wir denn damit kleinsägen? Unsere Arme? Damit das Spiel vorbei ist? Ah. Zoomen. Nutzt die Metallsäge, um den Wagen anzunehmen. Nein, das geht nicht. Wir brauchen erstmal... ein neues Wärmewild. Alter, was ist das für eine Küche? Gottes Willen. Wohnwagenküche. So, Fisch, ähm... Fischbügeleisen, Eierschale. Wo ist denn das? Bügeleisen, Eierschale. Ein... Ein einfaches Bügeleisen finde ich einfach nicht. Ist hier hinter meinem Gesicht wieder irgendwas? Nein? Okay. Stück Leder. Tennis Schläger. Habe ich den Tennis Schläger nicht gerade schon gesehen? Ähm. Oh Gott. Topfhandschuhe. Topfhandschuhe. Ich glaube, die Konzentration lässt auch irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit nach. Ach ja. Mann, wenn ich heute nicht arbeiten gewesen wäre, dann... Dann wäre ich auch nicht so müde, ey. Das ist so fürchterlich. Könnte ich auch mal echt mal länger streamen. Das ist immer so schrecklich. Ich finde das immer so schlimm, wenn man so arbeiten war. Da kommt irgendwann... Da kannst du noch so viel Kaffee trinken. Das ist fürchterlich. Gruselig. So, ähm... Da ist die Küche bei den Bakers auch geräumter gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ähm... Eierschale... Warte mal. Eierschale? Hier. Ne. Eierschale? Nein. Tatsache. Maßband. Schere? Maßband ist hier. Schere. Das ist Bügeleisen. Tupfernschuhe. Tupfernschuhe. Den müssen wir normalerweise eigentlich noch sehen. Da ist er. Tomaten habe ich auch schon besitzen. Das ist hier. Schere. Aber... Hält ja eine Schläge. Tentschläge ist doch nicht gerade klein, oder? Fisch. Fisch. Da wird der Fisch in der Pfanne verrückt. Hmm. Fisch ist auf der Spählmaschine. Auf der Spählmaschine. Hier wo ist der... Hä? Hier ist die Spählmaschine. Wo ist hier der... Hier ist... Was? Leder ist, glaube ich, südwestlich vom TV. Seife. Was? Südwestlich vom TV. Wo ist denn hier... Ah, hier. Ach, da. Tatsache. Ähm. Neben dem Halstuch. Ach, da. Jetzt sehe ich den Fisch auch. Tatsache. Da ist auch der Tennisschläger. Jetzt brauchen wir nur noch die Schere. Wo ist die Schere? Die Schere, die Schere. Mann, das macht so viel Spaß. Wenn wir mit euch... Das macht so Laune. Weil ihr auch mitspielen könnt, quasi. Also mitraten könnt. So. Ähm. Aber ich hoffe für dich auf YouTube auch. Wie gesagt, es ist Spaß beim Zusehen. Na. Ähm. Im Schrank vielleicht? Ja, genau. Kann er sein. Ah, hier oben. Natürlich. Ein Stück Leder haben wir bekommen. So, was ist hier? Ein Auto. Der Tank. Kann ich da irgendwas einfüllen? Nein. Okay. Was haben wir hier alles? Kein Auto zu tun. Ich muss tatsächlich zum Autodieb werden. So, was war das? Das funktioniert alles nicht. Okay. Dann nicht. Ich dachte, vielleicht mit Dietrich kann man das Auto auch irgendwie zum Starten bringen. Der hat eh keinen Reifen. Da fehlt eh irgendwie, äh... Ja, der Reifen. Den müssen wir wahrscheinlich beim anderen nichts abschrauben. Beim anderen Jeep. Oder so. Dazu brauchen wir natürlich, ähm... Erstmal Wagenheberkurbel. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal finden. So, was ist hier? Kommen wir noch zum Haus? Nein. Hier ist bestimmt der Reifen. Und wir müssen die Kettensäge immer noch ganz bekriegen. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Hier ist auch nicht viel. Was kann man denn mit dem Stück Leder und so? Der Hund, der Hund ist am Kauen. Obwohl der Hund sich auf das Fleisch stützt, gehe ich besser und nicht zu nah heran. Kann ich mit der Metallsäge vielleicht jetzt hier oben... Nein, das... Kann man nicht absägen, die Leiter. Nein, warum denn auch? Warum sollte das geben? Wieder am Glas schneiden? Ja... Am Glas schneiden? Ach, meinst du, das ist ein Baum... Ähm... Ja, wenn ich jetzt nochmal weiß, wo der Baum war... Der Baum war draußen, ne? Also, ist klar... Wo ist das denn? Ach, guck mal an. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, Schraubenzieher. Strümpfe, habe ich schon gesehen. Die sind hier. Shorts sind hier. Unterhosen. Shorts. Warte mal, wo waren die Shorts? Sind da Shorts? Baumpilz. Baumpilz ist hier. Bananenschale ist hier. Gießkanne... Ist da. Kissenbezug ist da. Nein, das ist kein Kissenbezug. Der ist hier. Ja. Blumenerde. Wo ist die Blumenerde? Da. Nein, das ist keine Blumenerde. Hinter meinem Gesicht. Nein. Wo ist denn die Blumenerde? Hallo? Wir sind so gut im Run. Und dann das Letzte. Das hält uns auf. Wo ist denn... Ja, jetzt habe ich so viel drauf geguckt. Hallo, hallo. Oben am Rollschuh. Ah, hier. Tatsächlich. So. Wir haben einen Schraubenzieher. Super. So, hier ist noch was zu wimmeln, oder? Nein, auch nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Das ist immer nur diese Leichen da unten. Das ist so... Das ist ein Traum. Ähm. Na klar. Das ist... Ich sag dazu dann, dass man es... Ähm, ja. So, wie... Kommen wir denn jetzt weiter? Das Schraubenzieher haben wir. Hier ist ja eigentlich nur das mit den Kerzen, mit der richtigen Reihenfolge. So. Er hat mir doch schon gequatscht. Da oben ist die... Die Glocke. Wo wir eigentlich auch schon waren. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr Großartiges. Ich geh nur mal nach oben. Nein. Ich glaube nicht. Uh, uh, uh. Also, wenn das wirklich funktioniert mit der Scherbe und der Leiter, also dann... Dann flippe ich aus. Vor allem, dass man immer durch das Haus hier gehen muss. Auch ein bisschen nervig. Also, wenn das wirklich mit der Scherbe und der Leiter jetzt funktioniert, dann lache ich mich tot. Nein, das geht nicht. Das Seil ist zu dick für einbrüchiger Glasscher, aber ich brauche etwas Härteres. Dann nimm doch einfach mal die Säge, verdammt nochmal. Wofür könnten wir denn die Dings gebrauchen? Mit Verschneiden, ansonsten ein Seil durch. Mit Zähne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, hier ist nur die Kettelsäge wieder. Wofür brauchen wir... Okay, gibt es irgendwo eine Tür, wo wir einen Dietrich brauchen oder so? Ah, da ist das Foto. Okay, dann, ähm... Wie komme ich jetzt zur Kirche? Ist okay, ne? Ja, natürlich. Ich muss ja erstmal wieder alles hier zurückgeben. Wow. Ist ja auch so spannend, die Bilder mal zu sehen. So. Jetzt haben wir das Bild mit den Kerzen gefunden. Das heißt, wir können die Kerzen jetzt anordnen. So, ähm... Hinweise. Ähm... Groß in der Mitte, die kleine da. Okay, jetzt kann ich mir das behalten. Groß in der Mitte, die kleine da. Äh, wie war das nochmal? Jetzt muss ich was über. Jetzt mal gucken. Ähm... Mittelgruß nach ganz außen rechts, okay. Ist doch richtig, oder? Oder wie erinnere ich mich da jetzt? Äh? Na? Achso. Nein. So. Auf diesen alten Fotos ist die Falltür offen. Ich sollte es nochmal untersuchen. Ist doch richtig, oder? Ich frage mich, ob die Anordnung der Kerzen von Bedeutung ist. Hä? Die ist größer wie die. Ah. Alles klar. So, ähm... Was? Man kann ein Seil durchkauen. Klappt in Filmen auch immer. Ja, genau. Der Keimraum. Und ein Wimmelbildtisch. Räumt er hier eigentlich nicht auf? Oh Gott, ist das durcheinander. Ähm... Springer. Du, 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 du haben wir. Der ist da. Ich sehe ihn schon. Hallo. Hier ist der Springer. Hallo. Ich sehe den Springer doch hier. Möchte mich verarschen? Da ist doch der Springer vom Schachbrett. Pfeife, die oben rechts im Bild ist. Das ist bestimmt hier die hier. Die kann ich aber nicht unterlegen, die Pfeife. Da ist ein Springer. Ach nee, das ist eine Dame gewesen. Oh nein. Läufer. Rosenkranz. Metallfigur. Maßband. Das ist ein Läufer. Ja, entschuldigung. Das ist mir gerade aufgefallen. So. Bitte nicht korrigieren. So, Lineal. Lineal. Was ist ein Lineal? Pfeife. 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 Kreuz ist hier. Ach nee, das Rosenkranz. Wo ist das Kreuz da? Sichel. Eine Sichel. Eine Sichel. Eine Sichel. Warum war denn eine Sichel? Eine Sichel. Freunde, wo ist die Sichel? Hä, muss doch so einfach sein, die Sichel eigentlich zu sehen. Eigentlich. Das ist Marsmode. Kreuz auf Krug. Ach da. Tatsache. Tatsache. Metallfigur. Ist das Metallfigur? Das ist die Metallfigur. Sichel, Pfeife und Quaste. Quaste ist doch so ein Bürstending, ne? Oder? So eine Art Bürstenteil, ne? Da ist die Quaste. Genau. Wusste ich doch. Pfeife und Sichel. Pfeife und Sichel. Pfeife und Sichel. Ai, 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 ai. Boah, das ist ja fürchterlich, das Bild. Hm. Sicher rechts neben Kerzenständer. Ach, da. Tatsache, hier auf dem Bildchen. Da oben ist die Pfeife. Also, außer die, wie gesagt, rechts oben. Da oben ist die Pfeife. Ich sehe sie. Ja, da ist sie versteckt da oben. Eine Metallfigur. Juhu. So, was haben wir noch hier? Oh, wir haben was zu lesen. 17. September 2011. Meine Herde bringt zu. Was? Meine Herde beginnt zu erwachen. Thomas Walker ist keine Bedrohung. Er wird als nächster verrückt werden. Doch diese Bauern, dieser Bauernsohn, er ist zu schlau. Ich brauche neue Lebenskraft. Neue Lebensenergie? 13. Juli 1980. Verflixt. Er ist entkommen. Wenn er mich ausliefert, finden sie die Leichen. Ich muss sie wegbringen. Doch wohin? Diese hat er ohne Zweifel den Mörder verfasst. Ja, ist klar.